jo leute willkommen zurück zu minecraft tech at light mit sven und marcus und zu wenig energie obwohl ich noch mehr thermal generatoren hingepackt habe ja also möchte bitte ich möchte bitte lulu genannt werden weil ich technisch lulu genannt werden darf ja ist mir jetzt gerade wurst lulu ich brauche mehr energie muss jetzt noch irgendwie die maschinen von hinten mit links kabeln ansteuern hinten natürlich nur ja von hinten der letzte folge gefehlt dass ich den letzten thema generatoren gebaut habe es hat mir gefehlt ich weiß ich nicht in dieser haben wir genug ich habe noch ein generator habe ich sie nicht gebaut ich bin die einlappen ich habe doch alles gehabt so jetzt können wir gucken wann wann die dinge in sich den bach den berg nahe geht die laba versorgung ich glaube das dauert nicht mehr so lange dass man auch mal durchlaufen können so kontrollgänge brauchen wir natürlich auch noch zu kontrollieren machst du nichts warum machst du nichts hat er gefragt nein dass der letzte thermal generator funktioniert nicht ja jetzt macht er wieder ein terminal generator dafür schuldig jeder funktioniert einfach noch nicht das ist nicht gut der soll mir irgendjemand muss mir jetzt dann glaube ich noch mal helfen hier das haus zu verkleiden weil ich muss das ganze noch mal kabel verchecken verchecken ja verchecken so jetzt müsste es ist ja gleich angeschlossen aber kriegt trotzdem keine laba mehr also ich glaube 9 thermal generatoren an eine laba leitung ist ein bisschen viel aber unsere dinge wird immer noch leer gesagt das gibt es doch nicht da müsste doch 9 thermal dinge durch passen also ich bitte ich so viele versacken die jetzt auch nicht weg das kabel muss auch noch verlegt das geht mir vom keks auf der tschüss jetzt darum nicht alles voll nein ich habe gleich jeder tschüss in der haus gut dann machen wir es halt weg wenn die export dinge hat schissen schon mal nicht selbstständig alles voll das ist schon mal sehr nett so wir kriegen das jetzt verkabelt oder das die ding ladet wie schön ist ruhig ist auf einmal ist er was ich von unserem haus entfernt echt der letzte genau geothermal ist nur ein generator ich habe doch geothermal draus gemacht deswegen funktioniert das scheiß dinge nicht ich habe doch ein geothermal genera- scheiß bug oder legs eins und beiden so da rein geothermal generatoren will die rote rose kaufen ich habe rote rose aber ich bin komplett voll mit scheiße ich richtig nicht also dort und koppel und den ganzen mit exigte geothermal genera- das ist aber neun stück aber der letzte krieg können aber wir haben 6 m m es jetzt anschließen das ding wird immer noch leer gesaugt wie scheiße ist das denn bitte ja scheiße das ist ultra scheiße bald gut die festplatte haltet noch eine weile eigentlich doch wir haben riesen festplatten gucken wir noch mal rüber naja gut der berg ist noch nicht mal zur hilfe hat angekratzt dauert auch ein bisschen wir haben eine riesen query das ist nicht wie groß die ist ja gut 280.000 blöcke müssen ja erst mal abgebaut werden über 280.000 blöcke jetzt ein enderman wo ist er wenn ich noch gehört ich würde es erstmal noch ein bisschen mehr übertreiben mit der curry allgemein mit dem was wir jetzt gerade bisher gebaut haben schon ein bisschen ich esse einfach ein bisschen vergiftetes fleisch und war das schon wieder ich kann ja auch steck geben wir haben 59 steaks ich esse einfach vergiftetes fleisch das wird dann schon wieder markus was machst du hier eigentlich für bildende kunst der kaputt ja wo machst du so was was meinst du was was können wir jetzt alles schreddern alles gold ja eisen was kommt noch getroppt als ohrs diamant hopper kommt als ohr ne jemand kommt nicht als ort hinkommt als ohr silber kommt als ohr warum ist das schredder als ohr aber das können wir nicht schreddern da muss ich dran denken various können wir auch nicht schreddern was machst du jetzt eigentlich gerade das silber ohr hier müssen wir schreddern können glaube ich ja das geht also ich habe doch jetzt iron furnace die die funktes nay hat ist bräuchte mairen für das bringt nichts mit strom die elektric aber wäre unsere sanation so schnell foto ja es geht darum weil ich fürichte web Tao braucht jetzt den steingeschmolzen inner ding 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 dinguster will sein ding 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 in das ist selber hier den anderen export was der andere export was auch nicht ran sind so viele kabel was soll da ist noch ein chat pack in dem auflade-ding trinke das ist nicht gut das ist vielleicht ein chat nein ich hab mal sagen da ist keiner in dem in ihrer kiste ist ein chat pack drin nur hält jetzt ist der alter in der hier da hier erledigt schon wieder von er nicht existieren da ist keiner drin da ist einer elektrik da ist keiner drin moment hey leute chillt mal so mal kurz her steht mal chillt mal so was was muss ich denn jetzt dann noch in den ofen was brauchen wir denn noch im ofen style nein was brauche ich werde dich an hast du pisse was brauchen wir denn in dem ofen automatisch immer alle eisen er hat das macht er sowieso das ist ja schon mein system dass der das von alleine macht okay gut dann machen wir hier ein dach drauf und deckel drüber markus dein haus sieht jetzt von hinten ein bisschen verlängert aus das machte nix so jetzt haben wir genügend das sonst kann man probieren noch mal marka so bist du ja ich habe was geiles hier immer noch leer draußen wo draußen nicht gleich hier weil ich sehe dich komm her ich gebe dir dein ding ding dong das verstehe ich nicht warum das eben ist einfach von oben auf dich da ich habe geschützt warum das immer noch leer gesagt es bräuchte sich ich brauche hilfe für das alles läuft ja immer schön wenn alles läuft hat man markus ein bisschen wieder terraforming also ich will auch für c4 ich glaube wir könnten aus dem u-meter können ja auch ding machen wer als schießpulver hat man wir heißen warum haben wir jetzt auf einmal wieder so viel energie hattest du die dinge um abgeschlossen ja ich habe es mal wieder getrennt gehabt ich habe schon wieder zweimal scrap aber das krebs sollten wir vielleicht vorher noch zu scrap boxen zusammenpacken da kannst du automatisch weiter wie heißen das von creeper pulver 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 nicht voll schwarzpulver du kriegst kein schwarzpulver das zu gefährlich ja ich will gucken ob ich das aus ja kann man aus u-meter machen wir brauchen 67 u-meter können wir schwarzpulver draus machen wie schön leise ist auf einmal hier und schwarzpulver im back das hier alles weiß wir machen tnt es geht schneller ja ist so wie wärs mit diamantrill das langweilig es dauert ewig alter muss ja man trägt übel schnell wir machen doch schon die ganze zeit ich bin hundertmal hin und herklafen aufgefüllt ja eben du musst dir etwas bauen womit du es nicht auffüllen musst idioter ja hier ein labpack so labpack aufladen so dazu geht es tt schneller alter ja ein bisschen unkontrollierbar das macht mir spaß markus ich komme gleich und macht ihr das macht du dabei irgendwas anderes ich habe gleich auf meinem rücken geschnallt 300.000 eu warum 300.000 eu verdammt andersrum so weil ich auf meinen rücken gleich 300.000 eu schneiden werde dann eine kleine spannung mit der schredde ich dein werk weg ich glaube 100.000 reichen erstmal für den ersten anlauf so markus ich habe tnt aber nur zwei block hast du einen schalter oder ein bisschen was zum anzünden er lebt markus was muss denn jetzt weg hier er kann mir kommen das hast du dir offen das hat wohl das energie tanken gebaut mehr hat 300.000 eu bis 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 er es wird er noch ich jetzt kein chat weg kraftrauer wie kreis das zu sehen hierhin alles weg alles bis weg bis bis keine redstone torch mir weg ich behindert also dirt weg macht ja spaß ne ja dort aber so nicht hast du die dinge platzieren nein ich krieg sie nicht gezündet also ja habe ich immer in den habe ich kann keine redstone faktor ich glaube ich inkompetent bin dreifach dinge ja wie oder was sagt denn die zeit ja wetstone und stick was durch konzert sich habe ich nicht die zeit sagt moment dann haben wir aufgehört weitergemacht wir haben noch ein paar minuten habe ich glaube ich sticks habe ich glaube ich immer ein ja 15 sticks wo wirst du dir so jetzt dann genau gleich mal 15 zum packen gemacht ja auch nicht markus wie tief denn eigentlich ich schritt habe mich gerade hier bis hier durch ne also bis normale dinge bodenebene und wir ja kannst du mal irgendwie mir auch angeben wie normale bodenebene ist höhe ich bin was soll ich das jetzt kriefe alter 63 ich glaube gerade 65 alle sante wie weit weil ich schau mal wo ich gab in der baller bin ja schon viel zu weit weg von der mauer so egal ob er das heißt das teilen weil wo bist du ja eben bin schon fast im urwald bist du heute ja ich hab dir angegeben wohl hier ein loch geklafen jakob ist bis markus gewählt in alles abbauen hier bis halt wo baust du essen wo baust du essen wo hier so ist haben wir kein tnt mehr ist ja langweilig wo ist hier habe ich dir geben das müsste ich ja ja einst geil wie groß die mehr gegeben was mir eins gegeben hätte dir fünf oder so gegeben ich habe eins bekommen hä wo sind die hinter der labe kann ich weiß dass er hätte aus muss ich wieder trennen jetzt ist mir was denn genau jetzt habe ich sechs bekommen wir haben wir sieben meter ich brauchte irgendwie was um das dinge dauernd zu befüllen ja hier brauchst du nicht abbauen ich habe wieder ab hier halt diese anhöhe kuppel da weg ist also dort abbauen macht spaß also wie schnell die ganzen maschinen laufen wie geil das einfach ist wir hatten loch unter meine füße gekramt marcus sagst du wenn du energie brauchst jetzt einfach auf dem rücken nach einfach abbauen das geht gar nichts voran und wir kriegen jetzt auch blätter dessen baum im weg jetzt schön abgeernt immer einfach löcher unter mich wie ewig also zu sagen dass ich glaube bis zu ende dieser season ist das ding immer noch nicht fertig macht dann das season hier gibt es keine season ist nichts trotzdem das ding wird nie fertig das was ich habe noch eine bessere idee was kommt jetzt markus bringen wir mal slappack mit und lad das bitte auf slappack hast du erst aufladen dann mitbringen ja herbring halt ich bin hier weil ich verbrauche jetzt gleich es ist nicht viel energie im haus du uns als er hat das er hat alle die etwas mit mit mir ganz kurz gibt mir ganz es wird es gibt mir ganz kurz das wird geil das wird geil oder er werde ich alle schildende luftalter ich möchte zu machen also wie schön ist es geht mit dem skript-metall er ist ein weiterer in ihrem feste ich bin in der luft jetzt an dem block ich habe alle abgebaut wie ewig wir können ewig viel ding bauen weißt du das um die lese und meine die verbreite der ganze ressourcen umfamst nix der gärte aber leider nicht so dass nicht ich kümmere mich darum dass das hier vor deiner season fertig wird künstler die query aufgestellt ja so war aufgestellt also darf ich das ich habe ja auch gewahrt hier aus euren ressourcen eben und ich sag gerade so heftig viel energy dass wir unten leider dein ding wieder ausschalten warum er ich glaube ich brauche noch eine zweite zweite pumpe rüber wo noch mehr laber dass wir noch mehr abbauen können wie wir das ich weiß nicht kann ich jetzt wieder eine nette oder dass wir hier angreifen ja weil ich eben ding abgebaut haben hast du die angegriffen nein ich habe ding abgebaut blöcke da bist du blöd sie sind ja nicht so amused anscheinend warum droppt hier manchmal dort einfach so hat hier irgendjemand in den keller dort gepisst oder so ich glaube die sind immer noch gepisst wir haben einfach mega viel dort im keller gerade liegen gehabt vielleicht ein bug also die wollen nix von mir also fang jetzt sogar wenn die laber wahrscheinlich hat hier unser doch der will was von mir also wenn ihr das in der nette wohl ich habe die brücke jetzt zu unserem ding abgebaut dass da auch keiner mehr rüberkommt dass die brücke abgebaut ja genau das ding ladet also wir auch nicht mehr doch wenn man mit dem chat pack kommt so rüber aber die pigments sind immer noch sauer auf mich leider gottes warum auch immer aber ich werde sagen das war jetzt wieder die nächste folge bis zum nächsten mal und dann sind wir raus